Mein Name ist Levi Wenger, ich bin Einschnellläufer und komme aus Schenken, Luzern. Einschnelllaufen bedeutet für mich Speed. Heimat ist für mich einfach dort hinzugehen, wo man geliebt wird. Das ist einzigartig. Und auch wenn man durch den Kanton Luzern durchfährt, den Vierwaldstättersee oder den Senpachersee und dann am Berg hinauffahrt. Unser Engagement der Sporthilfe liegt uns sehr am Herzen. Nicht zuletzt, weil es mir auch wichtig ist, dass wir uns für die Zentralschweiz engagieren können in allen neuen Sparten. Jetzt in diesem Fall im Sportlerbereich. Die Partnerschaft mit der Credit Suisse und der Sporthilfe ist unglaublich und es ist einfach eine Ehre. Ich habe fast geprüft, als ich den Bescheiden von Credit Suisse bekam. Das bedeutet mir so viel, dass man einen wie mehr, wo klar ich hoffe, dass ich eine Olympi-Medaille holen kann, aber ich bin noch nicht dort, aber dass man mir das Vertrauen schenkt und die Möglichkeit gibt. Das ist wirklich einzigartig. Es ist so wichtig, ein positives Umfeld in einem Moment zu haben. Gerade wenn man in einem Runsportler unterwegs ist und viele Sporter wissen, von denen ich spreche, dass es einfach nicht selbstverständlich ist. Was mich momentan antreibt, ist einfach, ich will wissen, wie gut ich sein kann. Alles, was ich gegeben habe, was ich kann. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.